So, da bin ich wieder. Neuer Tag, neues Glück. Warum macht er das jetzt nicht? Warte mal. Gut, jetzt sehe ich schon wieder was. Da hat einmal die Tastgleiske gerade sich schon mal gesetzt. Ich habe jetzt das Rad endlich. So, aber wir brauchen hier noch irgendwie diesen Biken, oder? Gut. Nehmen wir mal den Biken hier. Dann können wir das ja auch noch beenden. Cool. Jetzt muss ich hier rüber, okay. Was brauchen wir denn jetzt hier? Wahrscheinlich einen von denen hier. Ich probiere es erstmal aus hier. Aufnahme läuft, das ist okay. Super. Zwei. Ah, ich habe ja noch was in der Hand, was runter muss. Okay. Ja, ich habe es mir etwas einfacher gemacht jetzt. Da ich nicht weiß, wie viel ich brauche und was ich noch alles verwenden muss, ist das doof, wenn ich jetzt alles verschneide hier. So, mal gucken. Dann lege ich das mal wieder zurück hier. Und nehme schon mal die beiden. Mal gucken, dass wir das alles so ein bisschen aufbauen können. Das wäre natürlich schön. So, einmal hier, einmal da. Mehr habe ich nicht, also muss ich wieder ran hier. Super, dann haben wir das schon mal. Hier haben wir so einen dicken. Jetzt gucke ich mal, ob das ja wirklich der richtige ist. Ähm. Hm. Nee, irgendwie nicht, wa? Boah, doch. Ich glaube, ich habe da irgendwas eingesetzt. Ich weiß das nicht. Ich will es jetzt nicht. Jetzt setzen wir einmal drauf hier. So. Wir kommen langsam zum Tier. Was habe ich denn hier noch in der Hand? Ich habe ja noch zwei solche Biken in der Hand. Aber der passt nicht. Hm. Ach, deswegen passt das nicht. So. Weil die noch unbearbeitet waren. Ich brauche aber im Bearbeiteten. Das Haus ist noch lange nicht fertig. Und es wird doch noch eine Weile Dauerleicht, das Gefühl. Ich hänge an diesem Haus schon Ewigkeiten. Ähm. So. Jetzt. So. Oh, jetzt schwebe ich in der Luft. Mann, bin ich stark. Wie gesagt, neuer Tag, neues Glück. Ich spiele hier gerade. Ja. Ein Kind macht Mittagsschlaf. Ich kann jetzt nicht so lange. Weil ich muss ja noch Katzenstreu kaufen. Weil wir wollen heute noch in so einen Baustein fest. Im Einkaufszentrum. Damit die Kleine vielleicht ein bisschen austoben kann. Ich hoffe, jetzt ist mal was Vernünftiges. Nicht nur wie das 0,15 hier. So wie meistens hier. Äh. 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 Das Ding muss ich hier reinstecken. Hier auch. Na schade, dass das hier so unübersichtlich gerade ist. Ja. Ich sehe es auch von Weitem. Ich brauche keine Brille. Da kriege ich auch irgendwo Skillpunkte. Oder habe ich die nur noch am Anfang bekommen. Super geschafft. 39%. Was brauchen wir denn jetzt schon wieder? Ich weiß nicht, was wir brauchen. Ich nehme einfach mal so ein Brett. Ich nehme es immer falsch. Okay, das war ich ja über das falsche Brett. Ich habe ja irgendwo auch eine Leiter. Ähm. Gut. Ja. Ich würde eigentlich gerne weiterlaufen hier. Ohne sicherlich, denke ich, überall. So. Okay. Machen wir es mal so. Ähm. Ich habe das Gefühl, ich bin Backgerade etwas. Ich speichere mal ganz kurz. Ja. Ich gehe jetzt mal. Mann. Ich gehe jetzt mal hier rüber. Ja. Das Backgerade-Spiel. Nach 5 Minuten Backgerade-Spiel schon. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte jetzt eigentlich ein bisschen was machen. Aber ich starte jetzt einfach mal neu. Und. Lass mich mal überraschen, wa? Hier. Ja. Bei denen sind wir hier. Ich würde es nicht verkaufen. Ich habe es schon mal verkauft und dann wieder gekauft, um das Beste an rauszubekommen. Na komm. Lad mal schneller. Dann komme ich auch vorwärts. Ja. Jetzt springe ich nicht mehr so wild hier in der Gegend herum. Muss ich jetzt wieder irgendwelche Biken jetzt sägen? Ja. Okay. Dachte ich mir schon. Dachte ich mir schon. Deswegen bräuchte ich die Leiter. Aber komme ich denn da auch so ran? Ne. Also ich muss die Leiter jetzt erstmal verwenden. Ist in Ordnung. Bleibt mir nichts anderes übrig. Bevor ich jetzt mich hier total. Bevor ich jetzt hier zu viel verschwende. Mache ich immer nur eins nach dem anderen. Ich würde ja gerne mehrere in die Hand nehmen. Aber ist schwierig. Gerade. Ah passt auch so. Okay. Was haben wir denn hier? Ähm. Der hat die einmal mitgenommen. Der hat die einmal doppelt mitgenommen. Wollte ich zwar eigentlich nicht, aber egal. Ist das ein dicker Biken? Das ist ein ganz dicker Biken. Das ist was ganz, ganz anderes, oder? Nein, das ist doch der... Ne, das war ganz anderes. Ähm. Wir bleiben mal bei dem hier. Ich weiß nicht, ob wenn ich jetzt hier irgendwas verändere, dass das dann noch hinten losgeht oder nicht. Ich weiß es nicht. Ah, jetzt muss ich jetzt den wieder reinschieben. Ich muss das wieder runterschieben. Und das reinhämmern. Ach man, das Spiel ist so zweideutig. Verdammt normal. Aber hier Kleinigkeiten. Hier sind überall solche Kleinigkeiten. Das Ding hier. Da frage ich mich, wie soll ich das jetzt hinbekommen? Aber. Wir haben ja hier. Diesen dicken da. Mein Juni, ich wollte doch den hier haben. So. Der nimmt immer zweimal auf. Und das ist manchmal nervig, wenn ich dann hier... Wenn der, wenn der, wenn der das Falsche ja macht. Okay. Das Maus. Gut. Da haben wir mal geschafft. Was will er denn jetzt eigentlich haben? Das sind diese dünnen Leisten. So. Gut. Ja, 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 ja. Ich könnte mich manchmal aufregen bei dem Handling hier. Da spiele ich dann...